hallo ihr weltenzerstörer abenteurer hobbystrategen und fantasy fans kurz gesagt alle gamer und gamerinnen dieser welt seid gegrüßt jede woche immer donnerstag gibt es im epic store ein paar leckere gratis spiele für euch die ihr euch safe für immer sichern könnt und das nur mit einem klick es waren schon spielegiganten wie arc survival reward borderlands und viele viele mehr dabei und damit ihr immer wisst was es gerade gratis bei epic gibt informieren wir euch jede woche mit einem kleinen info video darüber also abonniert diesen kanal und aktiviert die glocke damit ihr immer auf dem neuesten stand seit was epic wöchentlich für gratis leckerbissen für euch am start hat an der stelle würde ich mal sagen wir stürzen nach dem intro reine das massaker und schauen uns die spiele mal an bis gleich diese woche gratis nur für euch seitex chorus story of rye bb a macht euch bereit für eine mischung aus bullet hell shooter und schreibt geschwindigkeitsspiel es ist einfach nur boom insofern boom denn euer kopf wird eindeutig explodieren bei diesem spiel ihr seid nonstop damit beschäftigt befehle über tastatur einzugeben und nebenbei kugeln auszuweichen oder bösen angriffen von irgendwelchen dämonen es ist einfach nur blitz schnell dieses spiel ihr müsst echt ihr müsst alles einschalten was ihr habt um überhaupt klar zu kommen dem spiel doch worum geht es überhaupt ganz einfach ihr seid baby und ihr seid quasi ein privat exorzist und eure aufgabe ist klar denke ich mal alleine schon ihr müsst dämonen verbreiten nicht verbreiten verbreiten wir cool aber austreiben ist besser an der stelle und gleichzeitig müsst ihr euch noch um eure eigenen sünden kümmern die er in eurer eigenen vergangenheit begangen hat also dieses ganze spiel hat auch einen hauch story mode dabei ihr habt zwischendurch leichte dämonen alles möglich aber es ist es ist so viel es sind zuhälter dämonen papst dämonen heavy metal dämonen und ihr habt natürlich noch hardcore mega boss kämpfe also ich würde sagen für alle die draufstehen dass man richtig geschwindigkeit reinkommt in so ein spiel für die ist es genau richtig und natürlich diese woche gratis so das war es auch schon wieder für diese woche wir hoffen wir konnten euch weiterhelfen mit unserem kurzen info video über die gratis spiele die es diese woche bei epik gibt im laufe der woche wird es von einem der beiden spiele noch ein angezockt bei uns auf dem kanal geben indem wir uns einzelne spiele ein bisschen genauer anschauen ich würde mich natürlich freuen wenn ihr auch da wieder mit am start seid infos dazu findet ihr in der infobox oder gleich im abspann wie ihr zu diesen angezockt videos gelangt ich freue mich jetzt natürlich auch schon wieder auf nächste woche wenn es wieder heißt was gibt es gratis bei epik wir hoffen an der stelle dass das video euch gefallen hat wenn ja lasst uns ein daumen nach oben da ein abo ein kommentar scheiß egal wir freuen uns auf jeden fall und wir antworten euch an der stelle sage ich jetzt schon mal schüss und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal